einen wunderschönen guten morgen dritter handelstag der woche ordentliche nachrichten aus den usa es wird wieder mal über ein amtsenthebungsverfahren gegen trump gemunkelt heute mit der begründung dass es unregelmäßigkeiten mit ja im wahlkampf mit russland gegeben haben soll wo ein telefonat zwischen trump und russland wohl richtung verrat der us-bürgerschaft hier ja ins spiel gebracht wird wir werden sehen was kommt trump hat gegen gewettert dass er das telefonat veröffentlichen möchte das hat die märkte dann wieder etwas beruhigt asiatische märkte sind allerdings heute nacht stark unter druck geraten weil wir hier entsprechend eine stärkere oder schärfere rhetorik seitens trump gegenüber china hören das ganze belastet natürlich also es ist weiterhin ein minenfeld dort draußen an den börsen alles was um donald trump gedreht wird hat immer potenzial die märkte massiv zu bewegen und wir wissen ja aus der vergangenheit wenn tatsächlich impeachment verfahren ja sozusagen ins leben gerufen werden dann hat das schon negative auswirkungen auf die börsen das letzte war glaube ich gewesen um die klinton zeit das hat den s&p 500 mächtig belastet da ist der um 15 oder 20 prozent wenn ich das noch richtig in erinnerung habe nach unten abgeschmiert wir werden sehen was heute passiert wir konzentrieren uns hier und heute auf alle fälle auf aktuelle handelsideen heute mal ja ein bisschen weg vom mainstream zumindest wenn man mal die indizes anschaut wir blicken heute mal auf den euro stocks 50 mal wieder auf den hang seng und bei den währungen haben austral dollar kanadischer dollar auf der uhr und natürlich wie immer hier an dieser stelle für sie die chance auch einen eigenen wunschmarkt analysieren zu lassen heißt also alle die hier live zuschauen bitte wer mag einen kommentar in die chat felder schreiben auf facebook oder auf guter webinar und schon kann es hier losgehen einen schönen guten morgen übrigens auch an alle die die hier grüßen reinhold holger matthias wolfgang das geht jetzt also los wie immer zuerst der risikohinweis der ist wichtig bitte in gänse zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen und damit schauen wir mal auf die heutigen tages nachrichten jetzt am vormittag gibt es mal wieder eine rede seitens eines ezb-mitglieds kann ein wenig impact auf den euro us dollar haben aus großbritannien gibt es um 10.30 Uhr die hypotheken genehmigung wir sehen dass hier auch mit zwei bullenköpfen versehen also das ist jetzt nichts was dramatischste auswirken auf die märkte haben sollten ansonsten wichtige dinge gibt es heute aus den usa wir sehen es hier am nachmittag um 16 uhr bekommen wir die verkäufe neuer häuser man erwartet hier 660.000 stück das ist ein leichter rückgang im vergleich zum vormonat dann gibt es die rohöl lagerbestände nach dem leichten zuwachs im vormonat man in der vorwoche gibt es hier die erwartung eines rückgangs um 249 millionen barrel nein 249.000 entschuldigt da ist eine null noch davor das also hier und dann am nachmittag wir sehen es hier an dieser stelle wir haben um 16 uhr zwei reden von fomc mitgliedern das ganze ja könnte unter umständen auch bewegung in die märkte bringen das ganze für das kurzfristige trading immer ein bisschen mit im hinterkopf behalten wir schauen als nochmal wie wir hier rangehen so ich sehe gerade auch einen wunsch euro austral dollar auf der stunde wäre nett heu gehen wir heute mal ins klein gemachte jawoll matthias das kriege ich doch hin das machen wir sehr sehr gerne vorher gehen wir auf die aktuellen handelsideen ein wir starten hier mit dem währungspaar austral dollar kanadischer dollar wir sehen im moment einen markt der hier im ganz ganz großen bild übergeordnet das hohe hier das drückt noch ein bisschen so nach unten das ist auch wenn man sich mal die woche anschaut wir haben hier lange lange zeit abwärtsdynamik gehabt und wenn wir uns mal die vorwoche auch anschauen hier an dieser stelle wie der markt hier nach unten gegangen ist das ist schon ein ganz schöner druck nach unten und auf wochenbasis wenn man sich das große bild mal anschaut kann es hier auch gut und gerne sein dass wenn diese kerze bestätigt wird dass wir hier weiter fallende kurse sehen und wenn wir das bild mal etwas kleiner machen dann sehen wir auch es ist schon noch ein bisschen luft nach unten also da kann schon noch einiges kommen so weit ist es noch nicht aus diesem grund schauen wir momentan einfach noch einmal in den tageschart hinein weil der tageschart an sich wir sehen es hier ist momentan in einem aufwärtstrend befindlich wohlgemerkt die woche oben drüber ist schurten wir sehen es auch hier dass was wir hier nach unten sehen dieser starke rutsch der ist halt so groß dass wir hier den platz haben dass der markt angefangen hat zu trenden und das bringt uns jetzt auf zwei ja dinge die wir hier sehen können und zwar die kerze die wir hier haben die ist entscheidend das ist das wochentief der vergangenen woche wird das nach unten unterschritten unterschritten bestätigt sich das verkaufssignal was wir gesehen haben auf der wochenbasis soweit ist es aber noch nicht das heißt an dieser stelle blicken wir mal wir haben potenzial zur oberseite als auch potenzial zur unterseite das heißt schauen wir mal auf diesen aufwärtstrend hier wird der weiter federführend bleiben dann haben wir die chancen ein bisschen nach oben zu laufen erst einmal vielleicht in richtung dieses trend hochs bei 0 91 436 zwischenpunkte haben wir da als wichtigste erst mal hier diesen außenstab das hoch muss überschritten werden bevor wir überhaupt auf die idee kommen können im bereich der swings die höheren preise ins visier zu nehmen da haben wir hier die marke von 0,9032 da muss der mark drüber wir haben gestern aber gesehen es ist nicht unmöglich dass der markt nach oben läuft wir haben einen schönen aufwärts schub gestern auch gesehen wir sehen erst mal auch keine tiefkurse das ist erst mal ein zeichen dass es durchaus auch nach oben gehen kann die unterseite wie schon gesagt da ist es wichtig solange wie wir über dieser marke hier von 0 89 651 was das wochentieb ist bleiben steht die möglichkeit offen dass wir nach oben laufen ob soweit kommt das muss der markt uns zeigen sollten wir nach unten abfallen dann ist als nächstes der support hier unten dran beziehungsweise das tief was wir hier unten haben da haben wir erst einmal die marke von ungefähr 0 89 als ziehbereich mit drinnen und das ist jetzt der punkt wo wir einfach mal auf die entscheidung abwarten müssen weil wir hier an dieser stelle jetzt aktuell auch ein dreieck haben wenn man sich das mal anschauen mag hier das ganze ist ein dreieck und wie schon gesagt dreiecke werden in dieser position in dieser verordnung eher durch die unterseite aufgelöst als durch die oberseite nur wir haben halt beide szenarien noch offen weil der markt die entscheidung noch nicht faktisch getroffen hat wie es weitergehen soll das heißt so lange wie die umkehrkerze auf wochenbasis noch nicht bestätigt ist haben wir immer noch die chance hier eine bodenbildung zu machen und dann nach oben aufzudrehen und das ist auch das was wir hier in der stunde sehen wir sehen es hier die stunde die trendet momentan nach oben aber und das ist der wichtige fakt hier darf man sich nicht in die irre führen lassen übergeordnet ist das ding weiterhin schurt wo kommt es her schaut hier das hier ist der abwärtstrend der hier am laufen ist also hier diesen zacken kann man ruhig mit reinnehmen das ändert nichts an dieser an dieser lage hier oben also hier bewegung korrektur bewegung korrektur bewegung hohe korrektur bewegung und jetzt trendet der markt auch hier nach oben und das ist halt jetzt die frage wie geht es weiter wie schon gesagt kurzfristig hat der markt raum nach oben wer sich jetzt hier diesen stunden trend nimmt der kann schon die umkehr von unten traden in den kleinsten zeit anhalten und dann hier ein stück was weit nach oben mitnehmen aber das große bild wird sich wirklich erst entscheiden ob wir hier oben über die 0.90 3 rüber laufen oder ob der abprallen und diesen ganzen aufwärtstrend nach unten fortsetzen das wäre dann genau die dynamik die wir brauchen um die wochenumkehr kerze zu bestätigen sascha guten morgen schön dich mal wieder hier dabei zu haben so wir machen weiter mit einem blick in die schatz und zwar wir schauen mal nicht auf den dax sondern aus europa sicht auf den euro stock 50 weshalb mache ich das weil der in einer schönen situation ist wir haben oben einen deckel bei ungefähr 3075 zählern unten momentan ein support um die marke von dreieinhalb tausend punkten hier wackelt der markt momentan hin und her das heißt hier unten kommt support oben kommt der widerstand hier inbound oder in range trading möglichkeiten sozusagen von unten nach oben oben nach unten nur stehen wir aktuell unten das heißt wenn wir uns innerhalb dieser range befinden und wir bekommen hier unten doch etwas stärker rein kann ja sein dass der markt uns hier überrascht und dieses hin und her noch ein stückchen weiter schiebt hier eine schöne hohe flagge baut dann ist es natürlich interessant was oben kommt und da haben wir hier die beiden tageshochs liegen um die marke von 3560 und 3565 hier knapp unter diesem widerstand das sind interessante anlaufpunkte auch wenn wir mal kurz hier in die stunde reinschauen wollen an diesem punkt da sehen wir es auch das wäre ein marker wenn der tatsächlich hier unten abprallt und hier einen kleinen aufwärtstrend macht dann sind das halt level die wir durchaus nach oben hin anlaufen können das hier zum thema eines trades innerhalb dieser range aber eines dürfen wir nicht vergessen ob der ganzen geschichten die jetzt nachrichtentechnisch in den usa laufen auch mit dem thema handelskrieg verschärfung und wir sehen die bremsspur mittlerweile auch wirtschaftlichen china dass china auch weitere wirtschaftsschützende maßnahmen machen möchte hier unten diese marke ist schon wichtig wenn wir hier tatsächlich drunter prallen oder nicht prallen drunter laufen dann wäre das ein bruch hier dieser starken aufwärtsdynamik dann geht es kurzfristig gesehen erst einmal etwas nach unten das heißt halt auch dass dieser trend den wir hier haben auch dieser starke schub erst einmal ein bisschen weiter nach unten korrigiert wird und da haben wir jetzt hier an dieser stelle zwei interessante level oder eigentlich ist es ein level ein zwar ein ziemlich breites nämlich hier einmal das ausbruchslevel hier oben um die marke von ungefähr 3400 zählern und hier unten an der marke von 3400 zählern haben wir so einen schwankungsbereich wo wir nach dem ausbruch einfach ein bisschen verharrt sind das sehen wir übrigens auch sehr sehr schön im stunden chart dazu suche mich die stunde mal kurz etwas kleiner und da sehen wir das hier guckt euch das mal an wir sind hier oben mit dem gett aufgebrochen nach oben hin und haben nicht abverkauft stattdessen sind wir hier einfach ein bisschen seitwärts gelaufen und dann hat der markt aus dieser hohen flagge hier sozusagen den schub nach oben geschafft und hat es nach oben rauf geritten das wären möglicherweise anlaufpunkte wie schon gesagt hier haben wir ja die august box verlassen an dieser stelle und wie schon gesagt dieser aufwärtstrend den wir hier sehen dieses tief wenn es unterschritten wird dann muss das ganze große bullische bild nicht gleich kaputt gemacht werden aber dann haben wir erst einmal das potenzial zur unterseite hin und anlaufpunkte sind dann wirklich auch zu genüge nach unten hin gegeben und noch etwas warum ich manchmal auch diese kleinere indizes mit rein nehme gegenüber dem dax kann man den auch sehr sehr schön skalieren weil die wertigkeit vom eurostox 50 kleiner ist als der dax das heißt man kann hier auch schöne portfolio strategien machen oder mit pyramidierung arbeiten diese dinge gehen halt gut wenn man kleinere anteile entsprechend hier mit kaufen kann wenn man hier die ganzen lots im eurostox 50 sich ins portfolio legt zum trading das hier der blick in den eurostox 50 und damit rutschen wir noch mal richtung asien und wir schauen mal auf den hang seng den hatten wir vor kurzem schon mal miteinander besprochen als wir den aufwärtstrend gebildet hatten ich nehme mal die runden marken eben raus übrigens wer hier im kleinen trading im intraday trading beziehungsweise handelsideen an den runden marken sucht das ist eine interessante geschichte die hier der stereo trader uns auch bietet weil wir wissen ja an diesen runden marken kommt sehr sehr häufig zu kurs wechseln zu richtungs wechseln einige trader orientieren sich an genau solchen marken und hier kann man zeit und anzeigen lassen das ist eine feine sache wie ich finde wir brauchen es jetzt nicht deshalb nämlich relativ einfach wieder raus und wir fokussieren uns jetzt hier an dieser stelle einfach mal auf diesen trend den wir jetzt laufen haben schön der markt nach oben gelaufen und was wir hier jetzt sehen sind ist eine eine wirklich sehr sehr starke korrektur zum einen ich habe es im blog auch geschrieben wir sind weit über 50 prozent korrigiert wir haben das support level bei 26.400 zählern rausgenommen da sind wir drunter gelaufen ja der aufwärtstrend ist allerdings weiterhin intakt was wir inzwischen auch gemacht haben wir sehen es hier die marke von 26.000 punkten ebenfalls unterschritten und das war hier als diese bewegung als dieser bewegungstrend hier angefangen hat auch ein wichtiges level der nächste unterstützungsbereich den haben wir hier unten als der markt hier mal durchgeatmet hat grob die marke von 25.400 zählern bevor wir dann hier das aktuelle trend tief bei 25.500 und ja nein entschuldigt bei 25.200 zählern haben das alles dort unten das heißt die korrektur an sich die hat schon noch einiges an potenzial mit drinnen aber und jetzt kommt etwas das finde ich persönlich immer sehr 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 spannend da habe ich auch schon mal eine strategie im traders magazin dazu geschrieben das was wir hier sehen ist eine sehr sehr starke ausdehnung dieser korrektur in einem schritt wir sind ja 1 2 3 4 5 6 7 jetzt mittlerweile acht handelstage in folge einfach am schnürchen nach unten gelaufen ohne luft zu holen ja wir sehen hier schön den abwärtstrend der stunde den gucken wir uns auch gleich noch mal an damit wir auch mal level finden kann wenn es zu einem rückschnapper kommt wo wir rein laufen können und das ist megamäßig interessant wie ich finde das heißt hier ist jetzt aktuell eigentlich und auch uneigentlich nach gar keine signallage da wir sehen nur das teil läuft in die tiefe korrektur und der ein oder andere mag sich denken gut man könnte ja langsam auch mal anfangen positionen für die long richtung aufzubauen wenn es ein rückschnapper gibt ja oder man arbeitet mit der strategie dass man sich seine stopps immer auf die tageshochs oben drauf legten die stück für stück zurückzieht und das hat dann den charme sobald wirklich ein rückschnapper kommt ist man mit dabei und wenn man diesen rückschnapper traden möchte dann haben wir halt sehr sehr gute chancen nach oben hin ein stück weit mitzunehmen wir müssen gar nicht darauf hoffen dass wir der aufwärtstrend in fortsetzung folgen können sondern wir nehmen einfach nur ein stück nach oben mit und das ist wie ich finde eine sehr sehr interessante geschichte und das sehen wir in der untergeordneten zeiteinheit auch relativ gut das suche ich mal kurz etwas weiter zusammen hier das ist die korrektur im stundentrend das ist einfach ein sehr sehr schöner trend dem kann man sehr sehr schön folgen und wenn man sich das ganze anschaut hier das nächste zwischen hoch haben wir hier auch schon ersichtlich hier oben das ist der bereich um die 26.400 zähler hier oben das ist interessant da kann es auch drüber gehen also potenzial zur oberseite sind da wir müssen jetzt einfach nur abwarten ob ein rückschnapper kommt und wenn ja dann auf der lauer zu liegen und den ganzen spaß ein stück nach oben zu begleiten wie schon gesagt strategien gibt es dazu auch einige damit zu sehen so schauen wir jetzt mal auf die fragen eine frage habe ich schon die muss ich nur noch mal schnell raussuchen und zwar euro austral dollar auf der stunde hatten wir auch vor kurzem erst auf tagesbasis besprochen euro austral dollar kurzen augenblick hier ist er da geht es weiter auf der stunde und dann schaue ich mal ja gucken wir mal was wir sehen weitere fragen habe ich momentan noch nicht heißt an dieser stelle wir gucken jetzt rein in den markt gesehen hier natürlich im großen bild die frage die wir heute bekommen haben war mal explizit auf die stunde genommen wir sehen hier übergeordnet natürlich laufen den abwärts trend hier sind wir schön in die korrektur reingelaufen und der markt hat hier oben abgeprallt und geht jetzt unten rein hat gestern auch schön den schub nach unten gemacht also diese umkehrsituation hier an dieser stelle auch bestätigt und was wir jetzt hier in der stunde sehen werden ist einfach die kleine gegenbewegung die wir aktuell zum rückgang sehen aber gleich mehr im detail so also hier gehen wir mal rein in die stunde und analysieren das ganze mal ich muss mal kurz verschieben so also was wir hier in der stunde momentan am laufen haben ist das bild auch auf tagesbasis wo wir gesehen haben wir sind hier oben angestoßen und trenden jetzt etwas hier nach unten so was wir hier auch haben ist die stunde ist abwärts gerichtet und hier zeichne ich mal ganz kurz ein was hier wichtig ist das ist der letzte korrektur bereich den wir hier haben muss ich rot machen die linie damit wir sehen es ist abwärts gerichtet und das was wir hier haben da oben dieses level ist halt ein wichtiges level weil wenn wir darüber laufen wird dieser leicht vorhandene abwärtstrend gebrochen also wir sehen es ja hier bewegung korrektur bewegung korrektur bewegung korrektur und dieser hier oben diese marke die wir hier drinnen liegen haben das ist hier in der stunde momentan der decke und da kommt jetzt darauf an was passiert das heißt wir sehen hier wir laufen in die tiefe korrektur rein also wir sind tief in die korrektur reingelaufen und je weiter so eine korrektur läuft je höher wird ja die wahrscheinlichkeit dass so ein bereich gebrochen wird das zeigt immer so ein bisschen schwäche aber es muss ja nicht so kommen wir sehen es ja hier oben hier ist der markt auch weit oben reingelaufen um dann ordentlich nach unten zu drehen das heißt hier richtungsführend wer die stunde nimmt haben wir ein abwärtstrend potenzial nach unten ist auch noch da auf der unterseite haben wir ja ein paar marker liegen das heißt hier wo dieser große schub nach oben kam haben wir ja gestern schon gesehen dass der markt erst einmal hier in diesem bereich auch abgeprallt ist das haben wir hier gesehen das haben wir hier gesehen das war dieses ausbruchslevel noch einmal nach oben wenn das allerdings nicht hält ja dann ist unten der nächste bereich da hier diese marke um die 161 2 ich gehe mal kurz hier ran also hier unten da haben wir ein trendtief hier haben ein trendtief liegen auf der stunde das heißt wir haben noch schon einiges am potenzial da was die unterseite angeht heißt also wenn wir hier aus der korrektur raus treten wollen dann müssen wir einfach nur warten bis wir hier vorher ein umkehrsignal für die short richtung bekommen ja und wenn das kommt dann haben wir chancen zur unterseite rein zu laufen hier schauen wir mal kurz aus der stunde noch in die fünf minuten rein da können wir sehen wie das ganze läuft also hier sehen wir mal den letzten bewegungstrend nach unten hier trendet der markt jetzt schön nach oben hier weite korrektur es ist ein bisschen hässlich aber hier sehen wir dass dieses zwischentief bei 161 7 in etwa hier mehrfach schon für einen aufschub gesorgt hat nur das ist geschichte was für uns jetzt wichtig ist es wirklich was hier oben passiert und wenn dann das passiert was hier hier und hier passiert ist sehen wir dass die fünf minuten rumdrehen dann kommt der abprall man hat ein relativ gutes absicherungslevel wenn man mal hier oben schaut der trend wird ja gebrochen wenn wir hier drüber gehen und wer dann in richtung des trends handeln möchte weiß halt okay wenn wir hier drüber gehen ist der trend nicht mehr vorhanden der kann damit seinem risikomanagement selbst eingehen was er eingehen möchte ansonsten laufen wir momentan schön nach oben und was wir hier auch sehen ist was ich hier gerade auch ausbildet wenn wir das mal so nehmen ist dass wir hier einen anstieg sehen der auf der oberseite flacher ist als auf der unterseite wenn wir uns das mal anschauen das sieht also vom prinzip her so aus sehr 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 keil für mich und diese keile sind in diesen verhältnissen immer auch so dass der keil durch die steiler verlaufende seite gebrochen wird also hier gibt es schon momentan ein paar anzeichen aus jetziger sicht dass wir hier die unterseite noch einmal anlaufen können und das kann man dann relativ gut dazu nutzen hier abzuwarten dass der markt wieder dreht und wenn er dreht die unterseite entsprechend auch anzugehen und wie schon gesagt wichtigerweise wer es im kleinen macht die ziele nicht zu weit weg legen das also dazu so also ich hoffe mal das hat soweit gepasst die frage ist gut beantwortet ich schaue noch mal rein matthias wenn du noch fragen hast dann bitte jetzt ansonsten sage ich vielen dank für die zeit an dieser stelle und sage gute trades wie auch immer der markt heute mit trump reagieren wird wir werden es sehen bleibt die überraschung hohe wohler hammer auf alle fälle mal angekündigt ansonsten wünsche ich ein gutes ruhiges händchen und wir sehen uns morgen früh wieder um 8 30 mit dem blick in die märkte mit ein paar handelsideen den blog natürlich vorher bis dahin allen eine gute zeit tschüss wir sehen uns wieder wir sehen uns wir sehen uns